So, es geht weiter mit LP-Minecraft. Den entscheidest du, was ich aber? Ja, 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 ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Genau, sie zahlen die so nicht, wenn ich so nicht in Urlaub fliegen, ja. Ich will das nicht, dass ich meine ganze wunderschöne Therapie vorhau. Nur, 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 dass sie weg, nur, dass sie mir wegfahnt. Ja. 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 Ich seh nicht rein, dass sie mir das, in der Schwester eigentlich alle meine Vorstellung ist. Ich seh das nicht hin, nee. Nee, nee. Ich seh das nicht hin, dass ich so gesagt hab und ähm... ne, ich seh das nicht hin. Nee, ich seh das nicht hin. ne, ich seh das nicht hin. Ja. 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 Ja, die wird hier am Boden gebrochen. Ja, das ist nicht hin. Es ist eine Sauerei, was mich abzieht. Es ist eine Sauerei, es ist klein, also... dann sehe ich mich in das ich sehe das nicht hin dass ich das das wenn sie wenn sie in meinem urlaub her dass ich mein das sind mir kein urlaub gern der ich kann nun mal nicht in weit weg mit meiner behinderung das klingt nun mal nicht wer will mich schon weg fliegen lassen das ist ein kleiner tod ist eine beleidigung das ist in meinen Augen eine schlimme eine schlimme beleidigung weil der zähl ich nicht in ne also so kann sie meinen Schwester ja so in den Kopf schlagen bevor sie mir die in Therapie lässt werde ich nicht ihre Vater akzeptieren wenn ich hier bin ich im Schicksal anhelst auf die Urlaubsfahrten weil ich Urlaub haben will also wenn ich Karibik Urlaub aber eben Therapie Urlaub ja was in meinem Rahmen eben Hygien tut das Ganze steht halt nicht in also ne steht das erste sei nein vergiss das sei noch so ne 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 also ich sehe das nicht in aus ne ich sehe dann hier in der sichern Verhandlungen gehen mal wenn in der das hier im gegen meine Verhandlungen geboten ist wenn sie sich jedes mal verwöhnen lässt ich meine, was ist daran so schlimm, wenn ich in Therapien möchte? was ist daran so verkehrt? was ist daran so verkehrt? Das ist ein Zehntelweg. Hier ist der Zehntelweg. das muss ich sagen doch Mikey doch ja 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 ich sehe nicht anders ich sehe nicht anders Das sieht man jedes mal, die Kräuter sind nicht nur zu Hause, als ich nicht was habe, was sie sagt. Sperdakil hängt mir dann ab zu Hause, ja. Also nein, nee. Das hieß, was sie mir sagt. Sperdakil hängt mir dann ab zu Hause, da ist irgendwas anders. Die sehe ich nicht hin, also die kann sie vergessen. Denn sie sagt, Sperdakil hängt mir dann ab zu Hause und bist du besser drauf, besser auf oben. Ja. Wieder festgehend hat Zeit für das Tier, ja, für die Prima. Ich gehe weiter beim Einkauf machen. Das wäre gar nicht möglich, weil alle arbeiten könnten. Ja. Ich sehe doch nicht, wie sie das... Ich sehe das doch nicht hin, dass... Sie ist jetzt bei der Kämpfer nach zu Hause. Die Runde ist so nicht hinterher hab ich. Ja. Ich finde, warum wurde die Kräuter verlangt. Nein, ich mache da viel für mich, aber ich sehe mir gerne, dass... Ich sehe nur zu Hause rum sitze und nicht, wo einer mich so irgendwo anders hinfahren kann. Das ist nur, weil andere sehen tut, das sehe ich nicht hin, nee. Die sind so fünffache lang weg und... Fünffache lang weg im Jahr und... Ich darf denen nur so eine Tagesfahrt machen, eben am zweimal im Jahr. Ich habe mich nicht dazu zu sagen. Zweiterke, warum gehen wir nicht mal mit der Therapie? Das hier so, nein. Nein, Zweiterke. Nein. Du bleibst zu Hause. Du bist ein Bastard. Du bleibst zu Hause. Du bleibst immer zu Hause. Ja. Das sehe ich doch nicht hin. Also, das kann sie hier so, nein. Das sehe ich nicht hin. Das sehe ich nicht hin. Das sehe ich nicht hin. So. Also. So. Ja. Ja, schön. Ja, also... Das ist so weit, ich fand so weit, also... Nee, also... Also, das kann man ja nicht sagen, ey. Sweater-Key bleibt mit dem Vetter zu Hause, dann müsst ihr besser dran und besser aufhoben. Nee, also... Das kann sich aus dem Kopf schlagen, ja. Ja. Mit dem Nabel schon, oder? Ja. Ja. Ich fuhre doch gleich von der Brücke springen, ja. Zweige, weil ich sie immer mal keine Witze... So. Sonst melden wir dich... Ja, der meldet mich mal. Der meldet mich mal, ihr Stubis. Ja. 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 Na, der geht so wirklich auch nichts. Ja. 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 Ja, ja. Ich würde nur ein bisschen Eisen finden, dass ich wenigstens den Steck aufbauen kann. Ich habe den Steck aufbauen. Ich habe den Steck aufbauen. ich habe jetzt wieder vergesst mit dieser kohle Nee, Huzzle.